Wir schauen uns das Finale im gemischten Doppel jetzt an, meine Damen und Herren. Es war eine Begegnung zweier Indonesier gegen zwei Dänen, Trikus Herianto gegen und Timo Minardi gegen Jens Eriksson und Anne Mette Bille. Also das sind zwei Länder aus dem asiatischen und europäischen Raum, die für Weltklasse in Sachen Badminton stehen. Auch der Olympiasieger kommt ja aus Skandinavien. Dieses gemischte Doppel wird Ihnen jetzt zusammengefasst von Thomas Braml. Die Mischung muss stimmen. Wörtlich zu nehmen, beim Mixt. Bei den beiden scheint es optimal zu passen. Trikus Herianto und Minardi Timur aus Indonesien, die weltranglichsten Zweiten. Ihre Gegner Jens Eriksson und Annette Mette Bille aus Dänemark. Die hohen Favoriten, die Indonesier, ohne Frage. Stark auch in der Defensive. Wenn auch hier Trikus Herianto ein kleiner Fehler unterläuft. Meistens nahm er es mit einem Lächeln. Jens Eriksson stark beim Smash. Aber auch Anne Mette Bille zeigte Entschlossenheit. Gutes Wechselspiel der beiden Dänen in dieser Phase. Und sie spürten, man musste die Indonesier unter Druck setzen. Das Aufschlagsrecht weiterhin bei den Indonesiern. Sie zeigten eine begeisternde Spielweise während des ganzen Turniers. Namens auch gelassen, wenn einmal ein Ball outgegeben wurde, der, wie unsere Möglichkeiten zeigen, dann doch in war. Auf der Linie der Ball. Unheimlich effektiv. Trikus Herianto. Sprungstark. Und schlagsicher. Schnelles Spiel jetzt von Anne Mette Bille, die nach eineinhalb Jahren Pausen wieder auf die Tour zurückgekehrt ist. Früher war sie aufbrausend. Die Schiedsrichter fürchteten sich vor ihr. Jetzt hat sie sich gewandelt, ist ruhiger geworden, ausgeglichener und sicherer im Spiel, wenn ihr auch hier ein Fehler unterläuft. Und so der erste Satz ganz klar und deutlich an die beiden Indonesier geht. 15 zu 1. Eine Lehrstunde in Sachen Badminton für die beiden Dänen. Jetzt am Viktor-Präsentationsstand abgeholt werden. Die gewonnen haben Matthias Wagner, Horst Eller-Sieg, Kevin Becker, Ulrike Heiden und Lea Ulrich. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Freien Silber. Auf Sie. Die beiden harmonieren äußerst gut, kennen sich, vertrauen einander. Dies eine wichtige Voraussetzung im Mixt, um miteinander spielen zu können. Sehr verhalten, Jens Eriksen. Nur selten mit solcher Entschlossenheit bei den Ballwechseln. Wieder zu kurz die Rückhand von Annemette Bille. Und solch eine Chance lässt sich Trico Serrianto nicht nehmen. Lang den Ball gespielt. Und die Smash-Chance führt zum Punkt. Unheimlich schnell, die Indonesier. Und immer wieder Trico Serrianto. Er versucht eigentlich jeden Ball zu nehmen. Sehr beherrschend, seine Spielweise. Und schauen Sie sich das an. Was für eine Sprungkraft. Welche Schläge. Tolle Rückhand hier von Minati Timur. Auch sie ist einen interessanten Weg gegangen. Erst war sie im Einzel eine der Besten in Indonesien. Dann war sie zwei Jahre wegen Doping gesperrt. Kam im Einzel zurück. Es lief nichts mehr. Und hat sich jetzt wieder im Mixt in die Weltspitze zurückgespielt. Die Dänen kamen jetzt deutlich besser ins Spiel. Aber in einer solchen Phase machten die Indonesier sofort wieder Druck. Und wieder diese fantastische Rückhand von Minati Timur. Toller Einsatz am Netz von Trico Serrianto. Gut geschmettert. Und früh gesehen, dass der Ball cross gespielt wird. Und dann toll die beiden Dänen ausgekottert. Schauen Sie sich solche Aktionen an. Damit forderte er die 2500 Zuschauer zum Beifall geradezu heraus. Er zeigte in diesem leisen Sport auch mal laute Töne. Lies die Zuschauer seine eigene Begeisterung spüren. Auch ein solches Match kostet immer viele Bälle. Noch die zwei, drei Minuten bis zur Sieger, um da zu bleiben. Dankeschön. Es wird auch einiges an Material verbraucht. Während solchen zwei Sätzen. Bei solcher Vehemenz der Schläge. Viele Fehler auf der Seite von Jens Eriksen. Unverständlicherweise. Denn er hatte in den Begegnungen vorher durch sehr viel Sicherheit im Abschluss überzeugt. Fehler aber auch bei Anne Mette Bille. Sie hatten ein wenig aufgesteckt. Zu dominierend die beiden Indonesier. Aber ganz kampflos wollten auch sie sich nicht geschlagen geben. Die Chance zum Smash am Netz genutzt. Somit erster Matchball abgewählt. Die Chance selbst zu punkten. So aber nicht. Das Aufschlagrecht verbleibt noch bei den Dänen. Doch so leichtfertig sollte man die sich bietenden Chancen, um selbst wieder ins Match zu kommen, nicht verspielen. Somit erneut Matchball für Drikus Herrianto und Minati Timur. Erneut abgewählt. Aufschlagrecht bei Herrianto. Und diesmal passt's, weil der Return knapp ins Ausfeld. 15 zu 1 und 15 zu 6. Eine klare Angelegenheit im Finale für die beiden Indonesier. Ihre Hauptaufgabe in diesem Turnier hatten sie schon im Halbfinale gegen Michael Peck und Erika von den Höbel erfolgreich gelöst. Das Finale war nur noch reine Formsache für Drikus Herrianto und Minati Timur, die so ihrer Favoritenrolle vollends gerecht wurden. Applaus Applaus Vielen Dank.